Ich bin Lehrerin, ich habe heute das Angebot bekommen, um mich impfen lassen zu können. Darauf habe ich gewartet und nehme es sofort in Anspruch. Ich würde mich mit jedem Impfstoff impfen lassen, der derzeit freigegeben ist, weil ich es besser finde, mich impfen zu lassen, als dann Teil der Corona-Situation zu sein. Am Anfang war ich schon ein bisschen skeptisch, ob es überhaupt so alles gut ist. Aber jetzt wurde mir auch gesagt, weil ich selber in der Arztpraxis arbeite, ich soll mir keine Sorgen machen. Es ist alles geprüft und deswegen brauche ich keine Sorgen haben und kann es halt ganz normal machen. Und meine Kollegen sind auch alle geimpft schon davor und die haben auch nichts, also alles in Ordnung. Okay. Vielen Dank.